Ich fahre heute von Dürnchen nach Ostera, und zwar nach Salzburg. Das ist das größte Toilette, was ich hier gesehen habe. In dem Zug nach Salzburg passiert jede Menge Platz, und du bist überall mitten in die Berge. Ich habe nach Salzburg geschafft. Jetzt gehe ich zu Ikea und ein paar Hot Dogs essen. Hey, aus Österreich. Das ist der erste Tag von meiner Österreich-Reise, und alles, was ich hier habe, muss mir reichen für zwei Wochen. Ich habe es sogar geschafft, Skateboard mitzunehmen, obwohl ich dachte, ich schaffe es nie. Ich habe die Skateboard, Computer, Drohne, ein paar Werkzeuge dort. Musik habe ich vergessen, hier. Musik Das ist so cool. Sonntag in einem bayerischen, beziehungsweise Tiroler Dorf. Nichts los. Nichts los, es ist wie eine Geisterstadt. Aber es ist irgendwie schön. Keine Autos. Man hat das Gefühl, alle schlafen. Es ist auch 14 Uhr. Extrem ruhig. Musik Wow, das ist geil. Ich musste den Zimmer selber finden. Ich habe da einen kleinen Garten und eine kleine Terrasse. Musik Jetzt habe ich verstanden, warum es alle so verschlafen sind hier. Nicht, weil wir in Bayern sind oder Tirol und es ist nur ein kleines Dorf. Aber weil Deutschland spielt mit Mexiko. Tag 3, meine Tiroler Abenteuer mit dem Fahrrad hier in Österreich. Es hat geregnet und die Stimmung ist so wundervoll. Man hört zwar ein paar Autos im Hintergrund, aber es ist hier in dem Wald wunderschön. Sichtbar, ne? Im Wald, in Dunkelheit. Sichtbarkeit ist Sicherheit. Musik Musik Ich glaube, es ist ja Zeit gekommen, um ein bisschen über den Lumos Smart Helmet zu sprechen. Ich trage sie jetzt seit ein paar Tagen. Der Komfort ist maximal. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Sicherheit erhöht ist. Musik 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 Tiefstein klar. Musik 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 Die Blood Watchers, die kommen hier mit dem Binocular und viel Geduld und warten, dass etwas passiert. Ich habe beide nicht, also let's go. Musik 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 Das ist alles wie in einem Bilderbuch. Ich habe nicht viel gefilmt, es tut mir leid. Tag 5 heute von meiner Fahrradtour hier in Tirol. Ich sehe bereits eine Dampfstelle. Ich habe eine extra Runde heute Morgen gedreht, rund um hier, weil es war so schön gestern fand ich das. Das ist mein Lieblingssee bis jetzt von allem. Und jetzt ist es Zeit für eine Red Bull im Tankstelle. Schnell, dann geht es weiter. Ich habe nur 60 Kilometer heute. Ich sagte, die Drachenwand behind mir ist sehr beendet. Das hinter mir ist Athersee. Wieder eine wunderschöne See, wunderschöne Farbe. Wahrscheinlich warme Wasser, aber ich habe keine Zeit jetzt ins Wasser zu springen. Guck mal das Wasser, das ist unglaublich. Also man merkt gar nicht, dass da Wasser ist eigentlich, nur weil es glitzert. Saueres Bergwasser. Und auf der anderen Seite auch. Österreich am Athersee. Das geht steil nach oben. Nicht mal mit dem Mountainbike kann man da hoch gehen. Das ist definitiv der falsche Weg. Egal wie ich es mag, diese Waldwege, ich muss zurück gehen. Oh, ihr seid auch hier. Oh, ihr seid ja. 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 So, ich habe die Drohne. Die Mavic Air Drohne ist ins Wasser eingestürzt, über dem Fluss da hinten. Und das sieht auch tiefer aus. Ich weiß nicht, ob ich durch das Wasser gehen kann, aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es einen Weg, das wieder zu recuperieren. Vor allem ist es sehr kalt, das Wasser. Unglaublich kalt.